Hallo bei Phil's Philosophy. Uns geht es heute um die Frage, wie kann uns ethische Bildung Orientierung geben. Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Heringhaus, der seine Bachelor-Thesis zu diesem Thema geschrieben hat. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Der literarische Umgang mit Philosophie als Methode und die Frage der Orientierung im Ethikunterricht, so lautet der Titel Ihrer Bachelor-Thesis. Herr Heringhaus, der literarische Umgang mit Philosophie als Methode und die Frage der Orientierung im Ethikunterricht, das hört sich ziemlich kompliziert an. Wie sind Sie auf das Thema gekommen? Ja, tatsächlich habe ich mich erst mal in meinem Studium mit Deutsch und Philosophie beschäftigt und in der Literaturwissenschaft hat mich der Ansatz wahnsinnig fasziniert, dass man literarische Texte als ein sprachliches Angebot verstehen kann, das einem eine sprachlich simulierte Lebenswelt nahe bringt, mit der man sich auseinandersetzen kann. Als konkretes Beispiel geht es in der Literatur ja viel um Konflikte und da kann man sich dann als Leser fragen, habe ich auch schon mal sowas erlebt und wie ist der Protagonist umgegangen und kommt mir das vielleicht bekannt vor? Und die Philosophie macht was ganz ähnliches in ihren philosophischen Texten und mit diesen kann man sich auch literarisch auseinandersetzen. Jetzt haben Sie eine Art Grundlage in Ihrer Bachelor-Thesis gelegt mit einem ersten sehr großen Kapitel und da geht es eigentlich um sowas wie die Sprache der Gesellschaft. Da fragt man sich erst mal, was hat das damit auf sich? Sie nennen es Gesellschaft, Individuum und Sprache. Was hat es damit auf sich? Wichtig für meine Bachelor-Arbeit war tatsächlich, dass man Gesellschaft als Kommunikation zwischen Individuen versteht. Das bedeutet, dass wir alle in einer sprachlichen Praxis miteinander verbunden sind. Wir bekommen unsere Weltbilder, wie wir die Welt sehen, von anderen sprachlich vermittelt und passen uns natürlich auch diesen Sprachgebräuchen an. Und das bietet uns erst mal die Sicherheit, wir lernen die Welt kennen, aber gleichzeitig, wenn wir etwas von außen herangetragen bekommen, geht es immer natürlich mit der Gefahr einher, dass es eine aufgezwungene Situation wird. Das heißt, Machtverhältnisse stehen und der literarische Umgang mit Philosophie kann genau hier jetzt eine Brücke schlagen und diese sprachlichen Machtverhältnisse überwinden, indem wir uns mit neuen Ideen auseinandersetzen, die uns in philosophischen Texten begegnen. Ja, Ihre Arbeit ist jetzt so angelegt, dass nach diesem, ich sag mal, grundlegenden Einstiegskapitel Sie sozusagen noch eine Etage tiefer gehen und das ist die Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts. Das ist in gewissermaßen ein theoretischer Höhepunkt, auch Ihre Arbeit. Und wenn Sie uns das vielleicht mal erklären können, also Sie rekurrieren auf drei Sprachphilosophen, aber ich denke, Wittgenstein wäre für uns hier mal interessant. Wieso ist die Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts eigentlich Ausgangspunkt für das, was Sie bisher schildert haben? Wittgenstein als Hauptzeuge meiner Arbeit bietet sehr interessante Aspekte, wie die Gebrauchstheorie der Sprache. Das heißt, er vertieft nochmal, dass Sprache immer in gewissen Kontexten ihre Wirkung entfaltet. Das bedeutet, dass wir durch Sprache unsere Welt erkennen können. Zudem sagt Wittgenstein, dass die Grenzen meiner Sprache auch die Grenzen meiner Welt sind, was dann den Bogen schlägt, wieder zu diesen Machtverhältnissen, die ich gerade schon beschrieben habe. Und wir darüber dann uns fragen können, wo bieten die Sprachverwendungen Chancen, aber auch Grenzen, mit denen wir alltäglich konfrontiert sind. Ganz stark dabei ist auch, dass wir dann die anderen brauchen, um mit ihnen wieder über unsere Lebenswirklichkeiten zu sprechen, damit wir die Welt in einem gemeinsamen Miteinander erschließen können und jetzt nicht den anderen überrennen mit unserem Sprachgebrauch, sondern wir im Gemeinsamen unsere Identitäten ausbilden können. Da geht es also um Sprechen als Handlung auch. Wenn man den Titel Ihrer Bachelor-Thesis liest, der Literarische Umgang, dann denkt man vielleicht erstmal an Geschichten. Es gibt ja auch in der Ethik, Didaktik Philosophieren mit Geschichten. Und das ist es gerade nicht, worauf Sie hinaus wollen, obwohl Sie es der Literarische Umgang mit Philosophie nennen, diese Methode. Und vielleicht, wenn Sie da nochmal sagen können, was ist das Besondere an dieser Methode, was aber nicht eben bedeutet, Philosophieren mit Geschichten? Das Besondere an meiner Methode ist jetzt, dass das Individuum ins Zentrum des Geschehens gerückt wird und dessen Lebenswirklichkeit. Das heißt, natürlich steht am Anfang auch erstmal eine aufmerksame Textlektüre, bei der man offen ist für das Neue und vielleicht auch Unbekannte, aber auch das, was einen an philosophischen Positionen erst einmal irritiert. Um sich danach zu fragen, wie sieht meine Lebenswirklichkeit momentan aus und wo finde ich Anknüpfungspunkte, bei denen mir der philosophische Text Anhaltspunkte gibt, um mich weiter mit meinen Problemen auseinanderzusetzen. Das bedeutet, ich lese einen Text und horche, ob es Chancen und Grenzen gibt, die mir für meine Lebenswirklichkeit was bringen. Das heißt, das Individuum des philosophierenden Schülers, der Schülerin steht eigentlich im Mittelpunkt und das haben wir uns unter der literarischen Methode vorzustellen. Jetzt ist Ihre Bachelor-Thesis extrem umfangreich, 150 Seiten sogar, und Sie arbeiten zunächst diese Methode heraus und dann kommen Sie eigentlich in einem ganz wichtigen letzten Teil der Arbeit zu dieser Frage, die auch unsere Ausgangsfrage ist, wie kann uns ethische Bildung Orientierung geben? Wie kommt es zu dieser Rundung zum Schluss? Ja, also im Philosophieunterricht ist es mir persönlich ganz arg wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler im Zentrum des Geschehens stehen und philosophische Texte lesen nicht als Selbstzweck angesehen wird, sondern die Schülerinnen und Schüler sich auch mit ihren Problemen ernst genommen fühlen und durch eine kleine Standortbestimmung in ihrem Leben dann viel mehr Zugänge finden zu den Texten, die sie da lesen sollen, mit den Weltbildern, mit denen sie sich auseinandersetzen sollen und da dann eben lernen können, sich zwischen Weltbildern, zwischen philosophischen Ansätzen frei zu bewegen. Und das Ganze in natürlich eine Klassengemeinschaft, die dann eben diese sprachlichen Prozesse anleitet, die dann auch später in unserer Gesellschaft wichtig sind, dass man die in einem gemeinsamen Miteinander regelt. Ja, jetzt gibt es schon dieses Thema Orientierung im Ethikunterricht, natürlich in allen Bundesländern in den Bildungsplänen. Und wenn Sie jetzt nochmal auf den Punkt bringen könnten, worin besteht sozusagen Ihr Ansatz? Was ist das Orientierende an der literarischen Methode? Das Orientierende, worum es mir geht, ist, dass man sozusagen das Fliegen lernt zwischen verschiedenen sprachlichen Gegebenheiten, zwischen sprachlichen Kontexten, die immer gewisse Chancen und Grenzen mitbringen und ich genau dann neue Ansätze finden kann, die mir über die Grenzen hinaus helfen können, sodass ich meine Welt aus multiperspektivischer Sicht erklären kann und mich mit ihr auseinandersetzen kann. Das hört sich nach einem spannenden Programm an und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns Ihre hervorragende Bachelorarbeit vorgestellt haben. Ich danke Ihnen. Wie kann uns ethische Bildung Orientierung geben? Wir haben eine Bachelorarbeit zur literarischen Umgang mit Philosophie vorgestellt und Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.